Ist ein Vollendeter nach dem Tode? Im Gazellenhain am Isipatna bei Benares ging eines Abends Sariputta, nachdem er sich aus seiner Meditation erhoben hatte, zu Maha Kassapa, setzte sich zu ihm und sprach. Lieber Kassapa, wie steht es damit? Ist ein Vollendeter nach dem Tode? Darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Ist ein Vollendeter nach dem Tode nicht mehr? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Oder trifft beides zugleich zu, dass ein Vollendeter nach dem Tode ist und auch nicht mehr ist? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Oder trifft keines von beiden zu, weder, dass er nach dem Tode ist, noch, dass er nach dem Tode nicht mehr ist? Auch darüber hat der Erhabene nichts gesagt. Warum hat er wohl darüber nichts gesagt? Weil das nicht zweckdienlich ist. Weil es nicht einen Reinheitswandel begründet. Weil es nicht zur Entsagung, zur Befreiung von Leidenschaften, nicht zum Aufhören des Durstes, nicht zur Beruhigung, nicht zur höheren Weisheit, nicht zum Erwachen, nicht zum Nirwana führt. Was aber hat der Erhabene gelehrt? Gelehrt hat er die Wahrheit vom Übel, vom Ursprung des Übels, vom Ende des Übels und von dem Weg, der zum Ende des Übels führt. Denn dies ist zweckdienlich. Es führt zur Entsagung, zur Befreiung von Leidenschaften, zum Aufhören des Durstes, zur Beruhigung, zu höherer Weisheit, zum Erwachen, zum Nirwana. Das Nirwana Einst weilte der ehrwürdige Sariputta in Nalaka Gamaka, im Lande Magda. Da kam der Wanderer-Eskate Jambukadaka zu ihm, setzte sich und sprach. Lieber Sariputta, man spricht zu viel vom Nirwana, was ist das eigentlich? Der Zustand, in dem man sich befindet, wenn Begierde, Hass und Verblendung verschwunden sind, heißt Nirwana. Gibt es einen Weg oder Pfad, auf den man zu diesem Nirwana gelangen kann? Ja, den gibt es. Und worin besteht er? Es ist dieser edle achtfache Weg, der da besteht in rechter Einsicht, rechter Gesinnung, rechtem Reden, rechtem Tun, rechter Lebensführung, rechtem Kampf, rechter Andacht und rechter Geistessammlung. Das Nichtgeborene Es gibt, meine Bikshus, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nichtgeschaffenes, Nichtaufgebautes. Wenn es dieses Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute nicht gäbe, dann wäre ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten nicht zu erkennen. Das Ende des Leidens Wer an etwas hangt, hat Unruhe. Wer an nichts hangt, hat keine Unruhe. Wo keine Unruhe ist, da ist Ruhe. Wo Ruhe ist, da ist keine sinnliche Lust. Wo keine sinnliche Lust ist, da gibt es kein Kommen und Gehen. Wo kein Kommen und Gehen ist, da gibt es kein Entstehen und Vergehen. Wo es kein Entstehen und Vergehen gibt, da ist weder diese, noch jene Welt, noch was zwischen beiden liegt. Dies ist das Ende des Leidens. Am Ziel Wie die von Windes Macht verwehte Flamme verschwindet und kein Wort sie nennen mag, so schwindet hin ein Weiser, der befreit von Leib und Leben und kein Wort mehr nennt ihn. Den Heimgegangenen misst kein Maß, es fehlt das Wort, womit man ihn bezeichnen könnte. Wo alle Dinge gänzlich sind vergangen, ist jeder Pfad der Rede uns versagt. Sollte Jetzt Ja Jetzt Tollte Ich Ich Vielen Dank.